Leo und Co. Die Neue. Leichte Lektüren für Deutsch als Fremdsprache in drei Stufen. Stufe 1. Von Theo Scherling und Elke Burger. Gelesen von Detlef Kügo. Copyright, Langenscheid Verlag, München 2008. Kapitel 1. Mama, ich habe Hunger. Warte noch ein bisschen, Iris. Unser Essen kommt gleich. Veronika Meier, ihre kleine Tochter Iris und ihr Vater Klaus Meier sitzen im Lokal Leo und Co. und warten auf das Mittagessen. Klaus und Veronika Meier haben eine Kfz-Werkstatt. Die ist gleich nebenan. Sie kommen jeden Tag zum Mittagessen. Das Essen ist gut und preiswert. Der Koch heißt Leo. Er ist eigentlich Maler, aber vor ein paar Jahren hat er sein Hobby zum Beruf gemacht. Veronika ruft die Bedienung. Anna, wann kommt denn unser Essen? Gleich. Siehst du nicht, dass ich mich beeile? Ihr seid ja nicht allein hier. Oh, die hat aber schlechte Laune, sagt Klaus Meier. Und leise sagt er zu seiner Enkelin, komm mit, wir gehen mal in die Küche. Oh ja, vielleicht finden wir da unser Essen. Iris springt vom Stuhl und geht mit ihrem Opa zur Küche. Vorsichtig klopft Klaus Meier an die Küchentür. Hallo, Meisterkoch. Darf man stören? Leo steht am Herd. Er dreht sich um und lacht. Du immer. Klaus ist Leos bester Freund. In ihrer Freizeit unternehmen die beiden oft etwas zusammen. Ach, und Iris ist auch dabei. Hat dir mein Essen geschmeckt, meine Kleine? Ich habe noch nichts bekommen. Ich habe Hunger. Und Anna ist böse. Ach, gibt es hier jetzt Selbstbedienung? Dann kann ich ja gehen. Anna kommt in die Küche und bringt schmutziges Geschirr zurück. Anna, ich bitte dich. Mein Freund darf mich doch wohl in der Küche besuchen. Bring lieber das Essen raus. Hier, zweimal Lasagne, einen Gemüseteller und zwei große Alsterwasser. Im selben Augenblick ruft jemand im Lokal. Zahlen! Können wir endlich zahlen! Anna nimmt die beiden Gläser und die Lasagne-Teller. Im Vorbeigehen rempelt sie Klaus an und ein Teller fällt auf den Boden. Verflixt noch mal! Sie stellt den anderen Teller und die Gläser auf einen Tisch, setzt sich daneben und schlägt die Hände vors Gesicht. Leo, Klaus und Iris sind verlegen. Anna weint. Ich schaff das nicht mehr. Ich bin fix und fertig. Leo gibt Klaus ein Zeichen. Klaus geht zu Anna und tröstet sie. Leo nimmt die Gläser und den Teller und geht ins Restaurant. Laut ruft er, eine Lasagne und zwei Alsterwasser. Heute bedient der Chef persönlich. Und zum Kassieren komme ich auch gleich. Cox트! Wo ist das nicht mehr? Vielen Dank.